Liebe Zuschauer, schön, dass Sie Löschern eingeschalten haben. Ja, wussten Sie zum Beispiel, dass in etwa 38 Millionen Mal der Begriff in Deutschland Knie gegoogelt worden ist? Und da habe ich mir überlegt, da lade ich mir jetzt einfach mal einen der Spitzenorthopäden ein. Und hier ist er, Dr. Erich Riembeck. Herr Dr. Riembeck, Sie sind Arzt geworden. Wie kam das? Ich bin selber aus dem Leistungssport damals gekommen. Ich war Leichtathletik, 400 Meter Läufer. Da hast du deine eigenen Verletzungen und es ärgert mich damals schon, wenn ich verletzt war oder wenn es Probleme gab, dass ich nie genau wusste, zu welchem Doktor geht man jetzt? Findest du den richtigen? Kriegst du schnell einen Termin? Und es hat mich damals schon gestört, dass es zu lange gedauert hat, bis mir einer sich das angeschaut hat. Du warst nicht sicher, ob sich die Leute wirklich für das Thema interessieren von deiner Verletzung. Das hat mich gestört, sodass ich mich selber frühzeitig schon mit dem Thema befasst habe, auch in meiner Zeit vor meinem Medizinstudium. Aber es hat sich dann mit der Zeit einfach herauskristallisiert, dass das etwas ist, was mir liegt. Ich habe dann mich entschlossen, Medizin zu studieren. Anfangs hatte ich den Traum, in die Neurochirurgie zu gehen, eher mal so ein berühmter Gehirnchirurg zu werden. Aber dann hat sich deshalb herausgestellt, dass die Orthopädie einfach viel besser zu mir passt und meine Interessenslagen viel besser abbildet, sodass ich dann in die Sportmedizin gegangen bin. Natürlich habe ich über Sie viel gegoogelt. Ich habe mal so geschaut, also wenn man so Ihren Werten Namen googelt, kommt das in etwa 250.000 Mal. Das hängt natürlich schon auch mit Ihrer steilen Karriere zusammen, mit Ihrer Leidenschaft als Arzt. Und Sie sind ja auch einer der Motivationsärzte. Sie sehen natürlich auch, gerade in Ihrem Fach ist es schon wichtig, dass man nicht nur eine tolle Operation macht, sondern dann kommt ja dann die Reha auf den Patienten zu. Aber Sie hatten natürlich auch eine tolle Wegstrecke. Sie waren in Basel, Sie waren am Bogenhausener Krankenhaus hier. Und dann waren Sie bei Robert Stedman. Richard. Richard Stedman. Richard Stedman. Einer der Visionäre, einer der Pioniere auf dem Gebiet eben auch der Operation für orthopädische Fälle. Wie war das? Damals in den 80er Jahren, als es losging, dass die Operationen per Arthroskopie gemacht wurden, hat sich irgendwann auch so entwickelt, dass man auch die Kreuzbandoperationen arthroskopisch angefangen hat zu operieren. Und da gab es zu dieser damaligen Zeit einfach nicht viele Leute, die das gemacht haben. Einer derjenigen war eben Richard Stedman, damals in Lake Tahoe noch, in der Nähe von San Francisco. Und wie immer, wenn du irgendwas lernen willst in der Medizin, dann musst du entscheiden, ich gehe zu den Leuten, schaue mir das an, wie die das machen. Und dann bin ich halt in den 80er Jahren dort hingegangen und habe mir das eben angeschaut, wie die Amerikaner, beziehungsweise wie dieser Dr. Stedman, seine Kreuzbandoperationen macht. Es gab dann einfach zwei Aspekte. Das eine war die Person, der Mensch, Dr. Stedman, ein sehr ruhiger Mensch, der aber auch so das Gefühl vermittelt, ich kann es, ich bin souverän, ich habe alles im Griff. Das sind die guten Händen. Egal was kommt, das wird gut. Also das war diese Person, Richard Stedman. Und das, was er gemacht hat, das war natürlich sehr interessant. Ich hatte die Gelegenheit, einfach das sehr frühzeitig kennenzulernen und einfach auch zu lernen da. Und hatte dann auch die Gelegenheit, unter meinem damaligen Chef Professor Keil in München, diese Dinge schrittweise anzuwenden und aufzubauen. Und das war der Beginn. Und auch diese Person, Richard Stedman, hat sich ja erst danach so entwickelt. Er wurde dann entdeckt von den ersten Fußballern des FC Bayern. Da war ja damals Lothar Matthäus einer der Ersten, der sich das Kreuzband gerissen hat und der da rübergegangen ist. Und dann ist ja dieser Dr. Stedman-Hype entstanden, der über viele Jahre natürlich angehalten hat, weil es, wie gesagt, eine ganz charismatische Persönlichkeit war. Und von dem haben letztendlich dann auch viele, viele deutsche Ärzte profitiert und sind immer wieder hingefahren und haben sich da inspirieren lassen. Und Sie sind da sehr nett aufgenommen worden von Herrn Stedman. Das ist ja nicht normal. Das war ja auch irgendwie so, wie Sie sind ja auch so ein Kniepapst. Aber es ist ja nicht normal, dass so ein deutscher junger Arzt rüberkommt und sagt, kann ich da mal zuschauen oder so? Doch, eigentlich ist das schon normal. Das ist durchaus üblich. Aber damals war der Dr. Stedman noch nicht diese Berühmtheit, die er dann später geworden ist. Da war er noch einer von vielen. Und insofern war es eher für ihn eine Freude, dass aus Deutschland jemand kam, um da zuzuschauen. Und in Europa hat sich das erst im Laufe der Zeit entwickelt. In den USA war er damals eben einer der ersten, der einen berühmten Skirennläufer Steve Mayer, damals ein Slalomläufer, arthroskopisch am Kreuzband operiert hat, der wieder schiefgefahren ist. Und das war in Amerika so sein Durchbruch im Sport. Und das war der Huf, der nach Deutschland dann vorgedrungen ist und sich da halt rasend verbreitet hat. Und sind ja dann reihenweise die Fußballer dann immer wieder rübergeflogen zu ihm? Genau. Also im Prinzip aus allen Sportarten ist man da hingegangen. Und das war auch der Erste, der angefangen hat, Operation plus Reha im Paket zu propagieren. Und auch da hatte er supergute Leute, die einfach Neuland betreten haben. Und das hat mich persönlich halt inspiriert, meine Arbeit so zu machen, wie ich sie jetzt mache. Und Operation und Reha ist ja für uns einfach etwas, was zusammengehört. Jetzt gibt es natürlich einen auch sehr berühmten Kollegen hier in München, Müller-Wohlfahrt, der aber, sagen wir mal, operativ nicht so stark wirkt. Der schickt immer dann zu Chirurgen. Bei Ihnen ist es ja so, Sie haben ja nicht nur die Operation ständig im Griff, sondern Sie haben natürlich auch die Reha am Laufen, was ja schon ein Vorteil ist. Ja, heutzutage kann man sich ja nicht mit allen Themen beschäftigen, weil jedes Thema für sich jetzt so tiefgründig geworden ist, sodass jetzt der eine seinen Schwerpunkt auf das Gebiet legt und der andere den Schwerpunkt auf das Gebiet. Es gibt eben konservative Kollegen, wo Herr Müller-Wohlfahrt dazu gehört, wo es ausgezeichnete Ergebnisse gibt und wo sie, man weiß es ja, wo einfach Dinge entdeckt werden, die jetzt ein anderer, der nicht so tief in der konservativen Therapie drinsteckt, halt nicht so entdeckt. Und das Ideal ist halt, wenn sich diese Leute treffen, die Konservativen und die Operativen und die Rehabilitativen, wenn die eine Gemeinschaft bilden, da kommt am allermeisten dabei raus, gute Kombinationen aus diesen Leuten sind unschlagbar. Jetzt, wenn man wieder zu Ihrer Vita zurückkehrt, dann waren Sie ja auch 20 Jahre der Vereinsarzt vom TSV 1860. Das war ja schon eine Zeit, ich kann mich noch erinnern, Sie waren dann jeden Samstag bei Spielen, die Spieler, die wollten wieder schnell fit werden und das ist ja schon auch etwas, wo man manchmal im Spagat steht. Also auf der einen Seite sagt der Verein, ich brauche den Spieler, auf der anderen sagt der Doktor, nein, 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 das geht dort schnell. Sagen Sie doch doch mal was zu dieser Zeit, weil es ist ja auch ein riesiger Erfahrungswert von denen. Das ist die größte Lehrzeit überhaupt, die ich für mich erlebt habe, die ich auch jedem empfehlen kann, sowas zu machen, weil die Verbindung der einzelnen Interessen, die man ja nicht nach außen wahrnimmt, ja, dass jetzt ein Trainer nach dem Spieler schreit oder ein Präsident, das nimmst du ja nicht nach außen wahr, das nimmst du ja nur nach innen wahr. Und zwischen diesen Interessen, dein medizinisches Interesse zu verfolgen, erfordert natürlich sehr viel Konsequenz, erfordert auch viel Erfahrung, weil du musst alle überzeugen, du musst jeden mit einer anderen Argumentation überzeugen, warum du das mit einem Spieler machst. Und du hast noch eins, du kannst dir nicht erlauben, irgendwelche experimentellen Dinge zu machen. Du musst immer die Dinge machen, die einfach bewährt sind, wo du überzeugt bist. Manchmal ist es wichtig, irgendetwas konservativ durchzuziehen, weil das Ergebnis besser ist. Es dauert dann manchmal drei, vier Wochen. Manchmal ist es besser, eine frühzeitige Operation zu machen, weil du weißt, da kommt anders nichts Gutes raus. Also das ist oftmals schon ein wichtiger Spagat. Und das lernst du am besten mit einem Sportverein, wo ein, der einigermaßen im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht, weil du aus verschiedenen Seiten Druck hast. Medien zum Beispiel. Aber es ist extrem anstrengend. Es ist wirklich extrem anstrengend. Und für mich persönlich war manchmal dieser Druck, der außen rum war, um die ganze medizinische Geschichte, viel schwerwiegender, als wie das eigentliche medizinische Problem, das man selber gut einschätzen konnte. Und du hast gewusst, das ist das und das. Du hast eine gescheite Diagnose gemacht. Das dauert so und so lang. Aber der Druck, der außen rum entstanden ist, das war manchmal früh. Auch mit vier Tageszeitungen, dann rufen die an und sagen, Herr Dr. Remig, wann kommt jetzt das Spiel an? Damals war es halt so, du telefonierst im Prinzip jeden Tag mit jeder Zeitung. Mit jeder Zeitung. Jeden Tag. Und das über Jahre. Und das, man konnte nicht immer alles sagen, wie es wirklich ist, weil du darfst ja auch nicht bestimmte Dinge, es gibt ja auch ein Patientengeheimnis, du darfst ja nicht alles sagen, du darfst ja jetzt nicht Dinge sagen, die vielleicht für die langfristige Karriere von einem hinderlich wären. Also das war schon oft, ist schon oft ein Spagat, aber super, super lehrreich. Und ich möchte das nicht missen. Und wie gesagt, ich kann es jedem der Jüngeren empfehlen, einfach mit Sportvereinen zu arbeiten. Man lernt viel, es erfordert viel Engagement, es erfordert viel Disziplin. Man lernt einfach den Fleiß, auch außerhalb seiner üblichen Arbeitszeiten. Das ist eine Erfahrung des Lebens. Jetzt haben Sie 20 Jahre im Grunde Fußballer wirklich kennengelernt. Und mit Ihren zum Teil Verletzungen oder manchmal auch so ein bisschen wie Wehchen. Und wo man einfach einen Doktor mal anruft und sagt, mei, sie kann auch sein beim schweren Spuhl. Und mei, und dann sagen sie, komm, jetzt spuhl mal, der fällt nichts. Und so, dann war der wieder aufgestellt. Jetzt haben Sie aber auch Eishockey gehabt. Sie waren also von Hedos, der Vereinsarzt. Und dann haben Sie Tennis Cup, Davis Cup. Das sind ja auch wieder ganz unterschiedliche Verletzungen, die dabei beim Tennis müssen, die immer beim Aufschlag hoch springen. Und das ist ja ein unglaubliches medizinisches Know-how, was Sie sich da angeeignet haben. Ja, jede Sportart hat seine eigenen Gesetze, seine eigenen Probleme. Tennis lebt ja mehr jetzt so von Überlastungsproblemen. Da geht es dann mehr darum, Statik, Bewegungsabläufe, Zusammenhänge, die nicht unbedingt jetzt direkt aus dem Knie kommen, sondern die jetzt eher aus dem gesamten Körper kommen, zu identifizieren. Während am Tennisspiel, krass, sowieso nicht viel Möglichkeiten einzugreifen. Das ist jetzt eher etwas, was sich über ein ganzes Jahr so hinzieht, die begleitende Betreuung. Eishockey ist natürlich das Extrem auf der anderen Seite. Da ist damals natürlich noch mehr rund gegangen. Heutzutage ist es ja, die Spieler werden wieder ein bisschen besser geschützt. Man kann nicht, jedes Foul wird dann nicht mehr toleriert im Vergleich noch vor 10, 15 Jahren. Ja, aber was die Verletzungsanzahl im Eishockey betroffen hat, da bist du den ganzen Körper schon regelmäßig durchgegangen, operativ. Jetzt gibt es natürlich noch eine Sportart, die jetzt gleichzeitig ein Teamsport für Sie ist, nämlich die Christa Kinshofer, Ihre Gattin und Sie, eine hervorragende Skifahrerin. Und Sie haben dann eine wirklich geniale Nische entdeckt. Und zwar, Sie haben eine Skiklinik gemacht. Weil gerade bei Skiunfällen, da geht es ja manchmal schon richtig zur Sache. Also gerade jetzt, wenn man so Abfahrer oder einfach die Pisten werden einfach immer mehr befahren, schwere Verletzungen. Gerade die Skiverletzungen, das ist ja auch so etwas, wo die Bänder oft in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Idee ist ja fantastisch und die Idee funktioniert ja, weil eben auch Ihre Frau ja aus dem Profiski-Sport kommt. Und sie hat natürlich auch die Reha-Methoden, und da haben Sie ja auch unglaublich viele Hightech-Geräte. Sagen Sie doch da mal was bitte dazu. Wir haben damals auf Initiative der Christa, haben wir damals uns gedacht, das gleiche Problem. Es passiert wahnsinnig viel über den Winter, aber es bedarf von Anfang an einer richtigen Bahnung der Verletzungen. Und die Patienten gehören richtig abgeklärt. Und dann gehören sie in die richtige Schiene, ob konservativ oder ob operativ. Und dann, wenn tatsächlich eine Verletzung entstanden ist, dann muss man sich um die Reha kümmern. Und dieses Spezielle, was den Wintersport betrifft, haben wir versucht, in einem Paket, in der Christa-Kinzhofer-Skiklinik zu bündeln und durchzustrukturieren und all das, was wir heute an Erfahrungen haben, dort einzubringen. Auch damals mit den entsprechenden Leuten, also mit den Schulterspezialisten aus dem Deutschen Schulterzentrum, Professor Habermeyer, Professor Tauber und Kollegen, aus unserer Seite mit dem Dr. Rauch und mir. Also wir haben versucht, alle Schwerpunktthemen abzudecken, sie gescheit abzuklären und sie bis zum Ende durchzuverfolgen, damit zum Ende ein gescheites Ergebnis rauskommt. Und das machen wir primär über die Wintermonate. Da stehen wir umfassend zur Verfügung. Mittlerweile haben das Konzept mehrere nachgemacht, sage ich jetzt mal, oder übernommen, weil man gesehen hat, das ist halt wichtig. Aber original bleibt original. Original bleibt original. Und die Aufgabe der Christa ist halt immer, weil sie ja eine unglaubliche Motivatorin ist und weil sie einfach einen unglaublichen Positivismus verbreitet. Und auch den Willen hat. Auch den Willen hat, dass sie sich diesbezüglich einbringt und dass sie das Gefühl vermittelt, da gibt es Leute, die interessieren sich für euch und die machen das und die begleiten euch bis zum Ende. Und das war damals die Idee. Jetzt ist es so, Sie haben eine wunderbare Praxis hier in München-Bogenhausen und Sie haben einfach auch tolle Ärzte, die Sie einfach angezogen haben. Und das ist ja auch wichtig. Also ich sage mal, Dr. Rauch, der eben ein hervorragender Chirurg ist, wenn es mal wirklich größere Geschichten gibt, offene Brüche etc. Dann natürlich haben Sie auch beste Kontakte, einmal auch zum Bogenhausener Krankenhaus, wo Sie, glaube ich, auch operieren. Dann haben Sie Professor Gollwitzer und Sie haben jetzt noch einen neuen Arzt, der eben so wirklich in die Richtung geht, eben für künstliche Kniegelenke. Und Sie haben natürlich seit vielen Jahren eine fantastische Partnerschaft mit Ihrer Gemeinschaftspraxis. Das ist ja auch fast eine kleine Klinik, kann man schon sagen. So eine Tagesklinik mit der Atos-Klinik. Die Atos-Klinik ist ja auch spezialisiert, glaube ich, für Schulter, für Kniegelenke, alles Gelenke, dann natürlich auch für Brüche etc. Die Atos-Klinik ist ja wirklich mit einem hervorragenden Ruf beseelt. Professor Habermeyer und ihr seid ja praktisch ständig drüben. Ja, und ihr könnt ja nur über die Straße gehen, oder? Das ist ja auch ein Vorteil. Was ist das Besondere an der Atos-Klinik aus Ihrer Sicht? Wenn Sie einfach mal sagen, medizinisch natürlich muss man halt dort operieren, wo alles Hightech-mäßig vorhanden ist. Aber ist ja schon etwas ganz Besonderes, die Atos-Klinik. Die Atos-Klinik hat sich einfach spezialisiert auf die Gelenkverletzungen. Aus der Orthopädie ist eine reine orthopädische, wir machen ein bisschen plastische Chirurgie auf sehr hohem Niveau, weil das am Rande irgendwo ein bisschen damit verwandt ist. Aber letztendlich ist es eine Gelenk-Klinik und wir haben die Schwerpunktthemen Schulter, Knie, Hüfte, Fuß- und Sprunggelenk. Und wenn du dich, und Wirbelsäule natürlich nicht zu vergessen, und wenn du dich auf diese Schlüsselthemen, auf diese Kernthemen spezialisierst, dann kannst du davon ausgehen, dass einfach gut die Arbeit gemacht wird. Weil es ist alles, was operativ dazu notwendig ist, für alle Techniken, für alles, was Gelenkerhaltendes, Gelenkrekonstruktives, neue Gelenke, Gelenkersatz, das ist halt alles einfach da und auf dem neuesten Stand. Und das macht es so besonders, dass man weiß, auf dem Gebiet gibt es mehrere Spezialisten, nicht nur uns, mehrere Spezialisten, die das einfach alle reparieren können. Und das ist ja auch die Erfahrung. Also bei Ihnen, Sie haben über 30.000 Knie-OPs gemacht. Also das ist ja schon eine Ansage. Und ich glaube, das ist auch etwas für Menschen, die ein Problem haben, dass sie sich auch die Ärzte, wir haben, glaube ich, in München über 200 Orthopäden, also dass man sich wirklich auch Ärzte sucht, ob das in der Kardiologie ist, ob das in der Urologie ist, Ärzte sucht, die das eben einfach schon sehr, 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 sehr oft gemacht haben. Weil das ist auch, was man halt oft macht, macht man einfach besser. Ja, heutzutage hat man ja ein bisschen als Patient das Problem, dass natürlich die Werbung ja zugelassen ist. Also das heißt, jeder kann viel Werbung für sich machen. Und für den Patienten ist es ganz schwierig, einfach den richtigen Weg zu finden. Und das ist natürlich immer gut, wenn du dich an Leute wendest, die eine gewisse Erfahrung mitbringen, weil du davon ausgehen kannst, dass die jetzt abschätzen können, was ist bewährt und was ist neu, was ist experimentell, was ist vielleicht fraglich. Da kannst du davon ausgehen, dass aus dem großen Erfahrungsschatz dieser Leute du die bewährten Methoden angeboten kriegst. Und dann zählt das natürlich auf allen Gebieten, ob du jetzt die Endoprothetik nimmst oder ob du die Arthroskopie nimmst, ob du die Kreuzbandchirurgie nimmst. Da sind es halt dann doch nicht so viele Leute, die jetzt über viele, viele Jahre Erfahrung haben. Aber es gibt super gute Leute, die nachkommen, keine Frage. Die auch sehr belesen und sehr innovativ sind und die auch ärztlich engagiert sind, nicht nur auf das Geld aus sind, sondern auch einfach auf die medizinischen Ergebnisse aus sind. Und die halt zu finden, das ist manchmal nicht so einfach. Das ist ein ganz gutes Stichwort, Herr Dr. Inbeck. Also wenn man bei Ihnen in Ihre Tagesklinik reingeht, da ist eine Atmosphäre der Motivation. Also ich nenne jetzt nur mal Frau Bayer, Ihre rechte Hand, die ist immer mit offenem Ohr da und es gibt immer einen schnellen Termin. Ich oute mich auch gerne als Patient. Dann bin ich halt plötzlich, wenn es einmal zwickt im Knie, ich habe mal so ein paar Tellersehne gehabt und irgendwann kommt es wieder und dann muss man nicht lange warten. Und Sie sind ja auch so mit Ihrer, wirklich mit Ihrer Praxis, mit Ihren Partnern und mit Ihrem Team da drüben, sind Sie ja auch so eine Motivationspraxis. Also weil es ist ja, wenn jetzt jemand kommt und hat einfach jetzt ein Meniskus und jetzt plötzlich schaut er seinen Terminkalender an und da ist der Terminkalender nicht mehr so wichtig, sondern erst einmal der Meniskus. Vielleicht kann man das also einfach mal therapeutisch regeln, mit einem Spritzen, so etwas, was ja auch gut ist, nicht gleich operieren. Aber dennoch braucht er dann den Arzt und er braucht einen Arzt, der zuhört und der eben einfach auch sympathisch ist. Ja, weil es glaubt man gar nicht, wie wichtig es ist für Patienten, dass der Arzt nicht irgendwie gleich sagt, was haben Sie und schon ist man wieder draußen oder so, sondern auch, wenn man die Diagnose bespricht, wenn man eben einfach, Sie haben Professor Gollwitzer, wirklich einer der großen für Knieersatzgelenke, das muss man erklären, der Patient hat ja auch das Recht, dass er einfach mal fragen darf und sagt, tut es dann weh und wie sind die Erfolgschancen und so. Dieses Gespräch, dieser Dialog, wenn man sagt, Sie haben jetzt wirklich, man muss jetzt einfach mal ins Knie reinschauen, ja, das ist ja wahnsinnig wichtig und das kann man ja auch nicht lernen, sondern es ist auch eine Charaktereigenschaft und ich glaube, Sie haben da drüben auch wirklich ein menschliches Team, das zusammenpasst. Und das ist ja, glaube ich, wichtig. So ein Team muss halt wachsen und wir haben mittlerweile einfach Leute, wo man sagt, da ist einfach eine tolle Truppe gewachsen, die denken alle in die gleiche Richtung, jeder versucht bei seinen Möglichkeiten Ruhe auszustrahlen, weil es einfach unglaublich wichtig ist, dass du, wenn du über so ernsthafte Themen wie Operationen mit den Leuten sprichst, dann brauchst du, dann musst du als Patient einfach in einer entspannten Atmosphäre, du musst dich wohlfühlen, du musst dich angekommen fühlen, dann bist du bereit, über so ein Thema zu reden. Deswegen achten wir darauf, dass so wie wir unsere Praxis gestaltet haben, dass wir eine gewisse Großzügigkeit haben, dass wir versuchen, den Leuten das Gefühl zu geben, hier sind nicht 100 Leute auf Ohrmeis, sondern hier sind einfach immer nur ein paar Leute. Auch Diskretion. Diskretion und auf diese Weise versuchen wir halt von Anfang an, den Patienten so ein bisschen zu beruhigen. Klar gibt es Tage, wo jetzt einmal besonders früh los ist, da entgleitet uns das auch manchmal, aber meistens gelingt es uns, sehr gut die Patienten ein bisschen zu beruhigen. Nur dann macht es ja auch Sinn, ein Gespräch zu führen. Und wenn du merkst, so ein Patient ist so aufgeregt und der hört da gar nicht zu, weil er ja von seiner Geschichte so angetan ist, dann fällt es schwer, ihm die entsprechenden Konsequenzen zu erklären. Und das versuchen wir heute mit unserer ganzen Mannschaft zu machen. Alle Leute sind angehalten und machen das zu unserer vollsten Zufriedenheit, dass man mit den Patienten in ruhiger Atmosphäre diskret spricht, ihnen das erklärt, um was es geht. Wir versuchen auch den Leuten bestimmte organisatorische Dinge abzunehmen, indem wir ihnen Fremdtermine organisieren, sodass er sich über die Dinge, wo er halt unsicher ist, einfach gar nicht zu Sorgen machen muss. Und sie verfügen ja über ein hervorragendes Netzwerk zu anderen Ärzten, Es ergibt sich halt ein Netzwerk und da innerhalb dieses Netzwerkes weiß ich, sind die Leute gut aufgehoben, weil wenn du die Leute woanders hinschickst, dann stehst du letztendlich auch dafür. Wenn du eine Empfehlung aussprichst, was ja nicht immer einfach ist, dann stehst du ja auch irgendwie dafür. Aber du musst halt diese Leute weiterempfehlen, die in deinem Sinne arbeiten. Und was natürlich auch wichtig ist, dass sie auch den Patienten mit ihrem hervorragenden Team auch administrativ unterstützen. Weil manchmal war es ja nicht, was zahlt jetzt die Kasse, was muss ich privat zahlen. Das sind ja alles so Dinge, wo sie einfach auch hervorragende Leute... Die Dinge werden heutzutage immer schwieriger. Die Vorgaben, die Richtlinien werden immer schwieriger. Und deswegen versuchen wir, den Leuten so gut es geht, zu helfen, unter die Arme zu greifen und zu helfen. Damit sie sich um ihr eigenes medizinisches Thema... Und auch mal vielleicht doch einen Anruf oder einen Brief zu schreiben und auch zu kämpfen, dass eben die Kasse schon auch einsieht, dass sie da in die Pflicht kommt. Ja, das gehört heute zum Tag dazu. Das gehört heute zum Tag dazu. Jetzt reden wir doch mal über das Knie. Das Knie ist ja schon etwas ganz, also etwas sehr Wichtiges. Und wenn es nicht wehtut, dann denkt man, alles gut. Aber wehe, da ist mal was am Knie. Da merkt man erst einmal, wie wichtig dieses Gelenk für uns Menschen ist. Ja, man trägt logischerweise das ganze Gewicht drauf. Und es ist eine der Strukturen, die am komplexesten konstruiert ist. Dadurch ist es natürlich auch anfällig. Es ist etwas, was im Sport am häufigsten verletzt ist, weil es eine zentrale Position einnimmt. Und selbst kleinste, eigentlich nicht gravierende Störungen oder Verletzungen machen manchmal so gravierende Probleme, dass die Leute einfach nicht mehr Spaß am Leben haben. Das ist so. Und dann eben einfach auch nicht mehr Sport machen können. Dann kommt die Gewichtszunahme. Man fühlt sich einfach nicht mehr, auf Deutsch gesagt, mit beiden Beinen im Leben. Ja, da entsteht ein Kreislauf. Ein Teufelskreislauf. Genau, da entsteht ein Teufelskreislauf. Du kannst nicht mehr schlafen, weil du jede Nacht aufwachst, weil dir etwas wehtut. Dann wirst du psychisch natürlich labil. Dann fängst du an zu essen und dann nimmst du zu, wie Sie schon bereits sagen. Ja, so geht es immer weiter. Und dann doch noch ein Glas mehr am Abend. Und dann ist es halt, manchmal bist du dann tatsächlich wieder ausgeheilt, aber dann hast du bereits so viel an Gewicht zugelegt. Dass du sowieso nicht mehr spruchst. Genau, dass es halt schwierig wird. Insofern ist das schon etwas Wichtiges. Und man sollte halt immer einfach frühzeitig versuchen zu reagieren. Wenn man halt merkt, da zwickt etwas, da zwickt etwas, dann sollte man einfach schauen, dass man der Sache auf den Grund geht. Ich kann nochmal zurück zur Diskussion. Bei Ihnen sind ja schon die einen oder anderen Weltsportler. Ich sage jetzt keinen Namen, also ich weiß das schon, aber das sagen wir jetzt mal nicht, weil es auch das geht. Aber Sie machen ja auch dann manchmal so ein bisschen, Sie machen dann so einen Termin, wo derjenige einfach praktisch alleine mit Ihnen ist. Was ja wichtig ist, weil sonst sagt man, das gibt es ja nicht. Oder der sitzt ihm gegenüber, sondern das ist einfach auch die Diskussion bei Ihnen in der Praxis. Ja, das halten wir ganz groß, dass wir das zum Wohle des Patienten so handhaben. Bei uns gibt es jetzt wenige Fotos, also gibt es jetzt keine Fotos aus der Praxis, wo jetzt irgendwas fotografiert ist, wer alles da war. Aber wenn Sie das würden, dann wäre wahrscheinlich die ganze Praxis voll. Ja, also es sei denn, nun schenkt mir jemand ein Foto mit irgendeiner Widmung drauf, aber ansonsten treten wir da nicht in die Öffentlichkeit. Das gehört sich einfach. Und bestimmte Leute gehen auch nicht mehr wohin, wenn sie nicht sicher sind, dass die Diskretion gewährleistet ist. Das ist egal wo, ob in der Kardiologie oder Urologie, wenn da jemand beim urologischen Arzt da sitzt und dann ist der Berühmte, dann läuft der gleich in die Zeitung und sagt, wahrscheinlich stimmt da was mit der Prostata nicht oder was. Also das ist wirklich auch ein Prädiskat von Ihnen auch. Sie sind auch so ein ruhiger und auch so jemand, der auf den Menschen eingeht. Und das ist ja, glaube ich, schon... Aber das trifft auch für meine Kollegen, Professor Gollwitzer und den Dr. Rauch zu. Auch die haben natürlich das Gleiche, haben ja ein ähnliches Klientel. Und auch die achten da sehr stark drauf, dass man die Diskussion einhält. Herr Dr. Rindberg, bei uns schauen ja viele Menschen zu. Sicherlich, viele kennen sie, aber jetzt schaut jemand zu und sagt, hm, das war schon der richtige Arzt. Kann da auch jemand mal anrufen, einen Termin kriegen? Oder muss man da gewisse Voraussetzungen haben? Wer zu uns kommt, der wird sich vorher informieren, was wir so machen. Sie haben auch eine tolle Website und so. Wie so in jeder Arztpraxis. Und man wird halt, heutzutage hast du ja Möglichkeiten, dich zu informieren, in Erkundungen einzuholen, Bewertungen anzuschauen. Gibt es ja alles heutzutage. Mundpropaganda, einmal ein bisschen sich umhören. Und wenn man glaubt, das ist der Richtige, ist dabei für das Problem, dann kann natürlich bei uns jeder anrufen. Klar. Wunderbar. Wir freuen uns auf jeden. Jetzt sollten wir auch mal über etwas sprechen, was mich also wirklich fast vom Hocker gekaut hat. Sie haben München TV die Chance gegeben, dass wir bei einer Kreuzband-OP dabei sein durften. Sie hatten eine Patientin, eine Dame, eine hervorragende Skifahrerin offensichtlich, die sich das Kreuzband, glaube ich, das dritte Mal gerissen hat. Und ich habe sie dann interviewen dürfen. Und diese Sendung kommt übrigens morgen, also am Sonntag um 21 Uhr, in der Senderei von mir, Motivation Gesundheit. Ich habe sie natürlich schon mal gesehen. Also es ist wirklich eine Mustersendung, wie sowas geht. Aber ich muss Ihnen schon sagen, wie Sie das gemacht haben, also das war unglaublich. Das haben Sie ja alles arthroskopisch gemacht. Also normalerweise denkt man Kreuzband und dreimal gerissen. Und sagen Sie doch noch etwas. Also Sie haben das auch in der Sendung wunderbar besprochen. Ich habe Sie ja immer wieder gefragt, aber natürlich als Amateur, ja. Aber das ist unglaublich. Heutzutage begegnet man ja immer mehr Leuten, die sich zum wiederholten Male Kreuzband reißen. Aber warum ist das so? Also Kreuzband ist jetzt einfach ein Thema. Auch andere Dinge können natürlich wieder reißen. Aber speziell auf dem Gebiet der Kreuzbandchirurgie ist es halt so, dass wir viele Leute haben, die sich zum dritten und zum vierten Mal ihr Kreuzband reißen. Es ist so, erstens die Ergebnisse sind natürlich durch die Operationen immer besser, sodass die Leute einfach wieder alles machen können. Und das ist ja unser Ziel. Unser Ziel ist ja nicht bloß, dass jetzt einer wieder gehen kann, sondern dass er einfach alles wieder machen kann. Ob er es dann am Ende macht, diese Entscheidung, die muss man dann ausdiskutieren. Aber viele sind in der Lage, genauso wieder schief zu fahren oder Fußball zu spielen oder seinen Sport zu machen, wie halt vorher. Also so, als ob nichts gewesen wäre. Logischerweise, man wird ja nicht jünger, man wird jetzt eher älter, man wird manchmal ein bisschen unelastischer, ein bisschen steifer, ein bisschen untrainierter, die Reflexe lassen nach. Oder man hat einfach Pech und betreibt seine Risikosportart weiter wie Fußball spielen oder wie Handball spielen oder wie Skifahren. Das beinhaltet ein gewisses Risiko. Deswegen gibt es halt Wiederholer, die jetzt ihre Verletzung wiederkriegen. Und dann, der Mensch hat ja einen bestimmten Reservoir an Ersatzteilen, die man hernehmen kann, für Kreuzband-Operationen kann es im Prinzip grob gerechnet sechsmal. Da haben wir sechs Ersatzteile theoretisch, die man hernehmen kann. Und wie oft haben Sie es schon gemacht, so bei Patienten? Naja, so, also dass man jetzt vier oder fünfmal ein Kreuzband operiert hat. Nicht immer unsere eigenen, sondern halt auch die woanders operiert waren. Das kommt ja regelmäßig vor. Das kommt regelmäßig vor. Ja, und es ist jetzt nicht so, dass das einfach beliebig oft wiederholbar ist, sondern es wird dann schon immer ein bisschen schwieriger und ein bisschen mehr tricky mit mehr Fallstricken, mehr Problemen oder Zeit in der Nachbehandlung. Und trotzdem kann man das alles gut machen heutzutage. Und wir hatten halt eine Patientin, die dieses Pech hatte, dass sie sich zum wiederholten Mal ihr Kreuzband gerissen hat, eine sportliche Patientin. Und das lief ja alles ganz gut und unkompliziert. Und es freut mich, wenn Ihnen das gefallen hat. Also liebe Zuschauer, schauen Sie bitte morgen rein, Sonntag. Also unglaublich, da haben wir mit der Patientin gesprochen. Dann kam die OP, die Vorbereitung und dann natürlich anschließend war die Patientin munter wie eine Forelle im Bach. Also unglaublich. Also es ist schon etwas ganz Fantastisches. Jetzt, wie hat sich denn, also die Reha ist noch ein Riesenthema. Sie arbeiten ja, glaube ich, sehr eng zusammen mit der ECOS. Und da sind ja, glaube ich, 50 Therapeuten. Ich glaube sogar, Ihre Tochter arbeitet auch dort, oder? Luisa? Gefühlte 50. Es sind nicht ganz 50, aber durch ihr Engagement, weil sie natürlich überall sozusagen zu finden sind, hat man das Gefühl, es sind 50, aber es sind ein bisschen weniger. Aber so das ganze Team, so mit Ihnen? Ja, es ist halt, es ist halt einfach das, jetzt würde ich mal sagen, das A und O, wie gut es am Ende dann tatsächlich wird. Du kannst als Operateur nur den Ausgangspunkt liefern mit deiner Operation. Du musst eine gescheite Diagnose, du musst wissen, was fehlt dem genau. Du musst das gescheit abklären und dann musst du eine Strategie entwerfen und das musst du mit deinen guten Leuten einfach absprechen. Und wenn du das Glück hast, dass du mehrere dieser Zentren kennst und mit denen ein gutes, vertrauenvolles Zusammenarbeit hast, dann ist sichergestellt, dass einfach die Ergebnisse gut werden. Und ich bin, oder wir, meine Gruppe ist natürlich ganz stolz, dass wir ein gutes Netzwerk haben und dass alle erkennen, wie wichtig eine ordentliche Reha plus eine Trainingstherapie, wo man viele Dinge des Trainings einfach rehabilitieren kann, wenn man das um sich hat. Und vor allen Dingen ist es ja auch wichtig, dass der Arzt oder Ihre Ärzte dann auch mit den jeweiligen Therapeuten dann auch sprechen. Und weil nicht jeder Meniskus muss ja gleich behandelt werden. Das ist immer unterschiedlich, individuell. Eine Reha läuft auch nicht immer so, dass du jetzt am Tag eins sagst, am Tag 30 macht man jetzt das und am Tag 40 macht man das. So läuft die Reha nicht, sondern du musst zielorientiert arbeiten. Du musst sagen, nächstes Ziel ist das und wenn das erreicht ist, dann kommt jetzt Zielnummer sowieso. Und manchmal dauert es halt eine Woche länger, dann muss der Arzt sagen, das ist normal, mach ein bisschen langsamer oder mach ein bisschen schneller. Also es ist schon eine gute Arzt-Reha-Einheit, hält öfter Rücksprache, auch wenn es der Patient gar nicht mitkriegt, um die Ziele optimal durchzuarbeiten. In der Orthopädie gibt es ja einen unglaublichen Sprung in der Medizin. Sie sind ja auch regelmäßig in der Weiterbildung unterwegs. Sie sind regelmäßig mal in Dubai oder sie operieren ja auch in anderen Ländern mal. Aber wie wichtig ist es auch für sie? Ich meine, man könnte mal sagen, also im Grunde weiß ich alles, kenne ich alles. Aber auch die Roboter-Technologie zieht ja immer mehr ein bei der Orthopädie. Wie wichtig ist da, dass Sie auch immer wieder so sich weiter informieren, auf Messen gehen? Ja, man darf logischerweise nicht stehen bleiben. Man muss schon wissen, wo die Tendenzen hingehen. Und gerade auf der Gelenkhirurgie im Knie gibt es ja auch wichtige Tendenzen. Weil wir wollen ja in der Lage sein, den Knorpel möglichst gut wiederherzustellen, einen Meniskus so gut wie möglich zu erhalten oder vielleicht auch zu ersetzen eines Tages, dass man gute Meniskus-Ersatzmaterialien hat. Und heutzutage ist ja die Tendenz, dass man individualisiert für jeden Patienten was macht. Zum Beispiel in der Endoprothetik, dass man versucht, die Teile jetzt an den Patienten anzupassen und nicht mehr so sehr den Patienten an das Teil anzupassen, sondern umgekehrt. Spielt natürlich Digitalisierung auch eine große Rolle. Der Professor Gollwitzer hat das ja auch ausgiebig erklärt, was man da beachten muss. Und 3D-Druck ist etwas, was in der Medizin kommt. Es werden sozusagen 3D-gedruckte Implantate an der Wirbelsäule, im Kniegelenk mittlerweile verwendet. Und Robotik, haben Sie erwähnt, ist es so, dass heutzutage die Roboter wieder jetzt einen Höhenflug erleben, weil die Digitalisierung weiter fortgeschritten ist. Und es ist zu erwarten, dass einfach die Robotik das auch weiterbringt. Also es tut sich wahnsinnig viel, Bioprinting, Biodruck ist etwas, was kommen wird. Und da musst du einfach immer schauen, wo geht es lang, was ist bewährt, ab welchem Zeitpunkt kann man was übernehmen. Das ist ja auch wichtig zu entscheiden. Man darf ja nicht jede Neuigkeit einfach übernehmen, sondern du musst erst einmal schauen, setzt sich das durch. Du musst es beobachten und du musst einfach Studien lesen und du musst dich unterhalten. Und so machst du damit automatisch deine persönliche Weiterbildung. Herr Dr. Riembeck, vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ja, liebe Zuschauer, das war das Gespräch mit Dr. Erich Riembeck, ein Spitzenorthopäde hier bei uns in München, der Hauptstadt in Deutschland der Medizin. Und bitte schauen Sie morgen rein, 21 Uhr Motivation Gesundheit. Da sehen Sie eine Kreuzbandoperation von Dr. Erich Riembeck. Und ich durfte auch dabei sein, allerdings durfte ich nicht assistieren. Wir sehen uns wieder beim nächsten Tag. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017